Die trigonometrischen Funktionen Sinus und Cosinus lassen sich genauso mit Parametern bestücken wie alle anderen Funktionsklassen, die du bisher kennengelernt hast. In den nächsten Videos gucken wir uns an, welchen Einfluss die Parameter auf den Verlauf des Graphen haben und wie die Parameter die Eigenschaften der Funktionen ändern. Step by step fangen wir alphabetisch vorne an und beginnen heute mit dem Parameter a. Natürlich kannst du den klassischen, den Standardweg gehen, also Wertetabelle anlegen und zugehörige Graphen zeichnen. Du gibst dir beispielsweise den Parameterwert a ist gleich 2 vor und berechnest an ein paar ausgewählten Stellen die zugehörigen Funktionswerte. Nächster Schritt wäre, beide Koordinaten in ein Koordinatensystem zu übertragen und am Ende alle Punkte durch einen Graphen zu verbinden. Einmal für die normale Sinus-Funktion und einmal für die mit dem neuen Parameter. Und wenn du diesen neuen Graphen mit dem der einfachen Sinus-Funktion vergleichst, dann kannst du dir ziemlich gut die Bedeutung des Parameters ableiten. Erstmals kennengelernt hast du solch einen Parameter a bei den quadratischen Funktionen und ihren Parabeln. Und nun ja, der Parameter a bei der Sinus-Funktion macht ehrlich gesagt nichts anderes. Mit dem Weg, den ich dir gleich zeige, entwickelst du hoffentlich eine viel allgemeinere Vorstellung zum Einfluss dieses Parameters. Eine Vorstellung, die sich auf alle Funktionsklassen und deren Graphen übertragen lässt. Ganz egal, ob es eine quadratische, trigonometrische oder eine Exponential-Funktion ist. Steigen wir also ein, zeichnen uns zunächst die normale Sinus-Funktion und picken uns eine Stelle auf der x-Achse raus. Ok, nicht ganz willkürlich gewählt, die normale Sinus-Funktion besitzt an dieser Stelle nämlich gerade den Funktionswert 1. Das macht es gleich beim Rechnen einfacher. Die Funktion 2 mal Sinus x hingegen, sie macht's ähnlich. Auch sie nimmt sich die Stelle Pi halbe als Input und rechnet als erstes den Sinus von Pi halbe aus. Da kommt also auch wieder 1 raus, muss aber noch mit dem Parameter 2 multipliziert werden. Für unseren Punkt im Koordinatensystem bedeutet diese Multiplikation nichts anderes, als dass seine aktuelle Höhe verdoppelt wird. Die selbe Aussage erhältst du auch beim Blick in die Wertetabelle, wenn du die zweite und die dritte Zeile miteinander vergleichst. Jeder Funktionswert der normalen Sinus-Funktion wird einfach verdoppelt. Im Endeffekt wird also jeder Punkt auf dem Graphen der normalen Sinus-Funktion auf seine doppelte Höhe abgebildet. Beachte aber, dass diese Streckung in beide Richtungen erfolgt, nach oben und nach unten. An der Stelle 3 Pi halbe beispielsweise hat die normale Sinus-Funktion den Wert –1. Also, wie vorhin auch, wird diese –1 mit 2 multipliziert und sorgt dafür, dass die neue Sinus-Funktion an dieser Stelle nicht nur um eine, sondern um zwei Einheiten nach unten ausschlägt. So wie, dann nur noch alle Punkte verbinden und fertig ist der Graph der Funktion 2 mal Sinus-X. Im Prinzip, so wie es dasteht, einfach das Doppelte der normalen Sinus-Funktion. Andere Parameterwerte liefern dir andere Multiplikatoren, mit denen die Funktionswerte der normalen Sinus-Funktion multipliziert werden. Die neuen Graphen werden ein bisschen gestaucht bzw. gestreckt und verlaufen ein wenig flacher oder steiler. Was genau in welchem Fall passiert, das bekommen wir mit einer kleinen Fallunterscheidung heraus. Wenn der Parameter a größer als 1 ist, dann wird jeder Punkt auf der normalen Sinus-Funktion auf eine höhere Position angehoben. Der Graph der neuen Sinus-Funktion wird also in y-Richtung gestreckt. Für a gleich 1 stimmt die neue mit der normalen Sinus-Funktion überein. Multiplikation mit 1 hat ja auch noch nie was in Mathe geändert. Wenn a zwischen 0 und 1 liegt, dann wird die Sinus-Funktion nicht gestreckt, sondern gestaucht. Diese Stauchung setzt sich fort, bis a den Wert 0 erreicht hat. 0 mal irgendwas ergibt immer 0, der Graph liegt also direkt auf der x-Achse. Wenn a negativ ist, kommt zu der Streckung oder Stauchung, die man beim positiven Wert hätte, noch eine zusätzliche Spiegelung hinzu. Macht total Sinn, denn die Punkte auf der normalen Sinus-Funktion werden durch die 0,5 zunächst auf die halbe Höhe gesetzt. Und das Minus-Zeichen, das kehrt letztendlich die Richtung um. Spiegelung an der x-Achse. Ganz analog erhältst du für a ist gleich –2 eine Streckung auf das Doppelte, die durch das Minus-Zeichen nach unten geklappt wird. Das sind sie dann also, die 3 Fälle, die du beim Parameter a unterscheiden musst – Streckung, Stauchung und zusätzlich, falls der Parameter a negativ ist, noch eine Spiegelung an der x-Achse. Wie du das bei den klassischen Übungsaufgaben, also dem Ablesen von Funktionsgleichungen oder dem Zeichnen von Graphen nutzen kannst, zeige ich dir im nächsten Video. Abschließend möchte ich mit ein paar Überlegungen zu den Eigenschaften, die der Parameter auf die Graphen der Funktion überträgt. Und dabei gibt es einige, die sich im Vergleich zur normalen Sinus-Funktion überhaupt nicht ändern. Zum Beispiel die Nullstellen der Funktionen. Unabhängig vom Parameter a liegen diese nämlich immer noch bei den Vielfachen von Pi. Der Definitionsbereich verändert sich je nach Wahl des Parameters ebenfalls nicht. Du darfst weiterhin alle Stellen in deine Sinus-Funktion einsetzen, ohne dabei auf einen mathematischen Fehler zu stoßen. X ist also weiterhin ein Element der reellen Zahlen. Genauso unverändert bleibt auch die Periode der Funktion, diese kleinstmögliche Zahl, nach der sich die Funktionswerte wiederholen. Bei uns 2P. Und natürlich hängt das damit zusammen, dass der Parameter a den Graphen in y-Richtung streckt oder staucht und eben nicht in x-Richtung. Letzteres gibt's natürlich auch und falls du wissen möchtest, wie das funktioniert, schaue doch einfach mal in diesem Video hier oben vorbei. Wir halten beim Parameter a aber fest. Durch die Streckung und Stauchung in y-Richtung verändert sich die Periode nicht und bleibt bei 2P. Was sich aber natürlich ändert, ist der Wertebereich der Funktion. Um den zu bestimmen, projiziere gedanklich mal einen Punkt des Graphen parallel zur x-Achse auf die y-Achse. Und wenn du dieses Gedankenspiel mit sehr vielen Punkten auf dem Graphen wiederholst, dann sieht das am Ende ungefähr so aus. Jetzt musst du nur noch ablesen, wo der größte Wert liegt und wo der kleinste. Die normale Sinusfunktion besitzt y-Werte zwischen plus und minus 1. Das heißt quasi, dass der Graph von so einem Rechteck vollständig eingeschlossen wird. Unter dem Einfluss des Parameters aber, verändern sich die Höhe dieses Rechtecks und damit auch der Wertebereich der Funktionen. Hier im Beispiel liegen die y-Werte, also im Bereich der reellen Zahlen, sind aber nach unten durch minus 2 und nach oben durch plus 2 begrenzt. Und das war der Parameter a bei der Sinusfunktion. Wenn du magst, sehen wir uns im nächsten kurzen Video wieder. Dort lernst du, wie man die Graphen solcher Sinusfunktionen ganz einfach zeichnet und was man beim Ablesen von Funktionsgleichung alles beachten muss. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017